Hallo zusammen, Dominik von 4K-Filme.de. Neben mir steht der Sony XH90 4K Fernseher mit HDMI 2.1 Schnittstelle. Uns ist so angekommen, dass dieses Gerät anscheinend keine echte 4K 120Hz Wiedergabe unterstützt. Ob das wirklich so ist und was sich daraus für ein Problem ergeben kann, zeigen wir euch unter anderem anhand von diesem kleinen Space Invader. Viel Spaß mit dem Video. Für unseren Testaufbau haben wir den Sony XH90 4K TV mit einem HDMI 2.1 Kabel bzw. mit einem Ultra High Speed HDMI Kabel von Hama am dritten HDMI-Port angeschlossen. Der HDMI-Port 3 und 4 sind ja 4K 120Hz kompatibel, also unterstützen den HDMI 2.1 Standard. Dieses HDMI-Kabel haben wir dann mit unserem Test-PC verbunden, der mit einer GeForce RTX 3080 Grafikkarte ausgestattet ist. Um die 4K 120Hz überhaupt darstellen zu können, müssen wir in die Einstellungen bei Fernsehen rein, externe Eingänge und müssen beim HDMI-Format, beim betreffenden HDMI-Eingang, das optimierte Format auswählen, damit wir auch diese 4K 120p darstellen können. Aktuell laufen wir in normaler 4K-Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten, 60 Hz, 10 Bit mit vollem 444-Chroma und HDR-Farbraum. Hier können wir dann auch direkt sehen, dass das Alien oder der Space Invader, den ich hier auf einer Grafik habe, perfekt pixelgenau ist und hier ohne Probleme dargestellt werden kann. Jetzt werden wir die Bildeinstellungen einmal verändern, damit diese auf 120 Hz springen im 4K-Auflösung. Also wir bzw. mit unserer Grafikkarte müssen wir immer sozusagen zwei Sprünge machen. Wir gehen meistens hier auf 100 Hz und danach auf 120 Hz. Und ihr seht jetzt wahrscheinlich schon, dass bei der Schrift hier diese nicht mehr punktgenau ist und nicht mehr so scharf. Also hier gibt es so ganz komische, ja hier zum Beispiel das E kann man den Freiraumoberhalt des E gar nicht mehr erkennen, das verwischt so. Jetzt gehen wir auf 120 Hz. Jetzt haben wir 4K-Auflösung mit 120 Hz, 10 Bit, 444-Chroma und HDR. Und jetzt ist dieser Space Invader weitaus schlechter erkennbar. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Sony sich hier eines Tricks bemüht. Und zwar könnte es der Fall sein, dass der Chipsatz, der hier in diesem XH90 4K-Fernseher verbaut ist, vielleicht nicht so performant ist, dass er nativ 4K-120 Hz-Signale durchbringen kann. Obwohl die HDMI-Schnittstelle das eigentlich aufgrund ihrer 48 Gigabit auch leisten kann und sollte. Aber wie gesagt, der Bildprozessor ist vielleicht hier zu schwach. Was die erste Vermutung jetzt ist. Es könnte sich natürlich auch vielleicht um einen Fehler handeln, den Sony jetzt noch ausmerzen kann, muss, möchte. Aber Sony hat sich zu diesem Problem noch nicht geäußert. Anhand diesem kleinen Test kann man natürlich sehen, okay, wahrscheinlich wird das Bild mit 120 Vollbildern einfach runterskaliert in einer kleineren Auflösung und dann wahrscheinlich hochskaliert auf 4K, also die 3840 mal 2160 Bildpunkte. Das gleiche Problem haben wir auch schon bei den 100 Hz festgestellt. Und erst ab den 60 Hz wird dieser Space Invader hier zum Beispiel wieder weitaus besser sichtbar. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel für jemanden, der jetzt hier diesen TV jetzt vielleicht wirklich als Bildschirm nutzen möchte, vielleicht das Problem, weil diese ganzen Schriften haben halt so einen leichten Schatten, der nicht ganz okay aussieht. Und auch in Spielen kann das dann zum Beispiel auch zu Problemen führen, wenn da zum Beispiel bestimmte Schriften und so dann schlechter lesbar wären. Auf jeden Fall, wenn dies wirklich der Fall ist, dass Sony hier nur hochskaliert, dann wäre das natürlich wirklich in dem Sinne ein Betrug und der TV dürfte dann auch nicht wirklich als 4K 120 Hz TV beworben werden, zumindest meine Meinung. Man muss natürlich auch vorsichtig sein mit diesen, ich sage jetzt mal, Anschuldigungen, weil die HDMI 2.1 Schnittstelle ist wirklich jetzt erst in diesen Monaten sozusagen etabliert worden. Es gibt schon erste Geräte auch in 2019, aber wirklich Signale oder Signalquellen, um die HDMI Schnittstellen zu testen, auch mit mehreren verschiedenen, gibt es halt wirklich erst seit ein paar Tagen. Jetzt gibt es zum Beispiel die Nvidia Grafikkarten der RTX 3000er Serie, die mit diesen wird sehr viel getestet. Es kommt auch noch die Sony PlayStation 5 und Xbox Series Series X auf den Markt, die zum Zeitpunkt dieses Videos noch nicht erschienen sind. Und auch hier könnte es vielleicht auch noch zu Problemchen kommen, hier und da. Aber dafür sind wir ja da und versuchen das irgendwie nicht nur euch näher zu bringen, sondern natürlich auch in Richtung der Hersteller weiter zu tragen, damit diese auch reagieren können und dann auch innerhalb ihrer Möglichkeiten diese Probleme beheben können. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren YouTube-Kanal oder schreibt uns doch einen Kommentar unterhalb des Videos. In der Beschreibung verlinken wir auch noch zu einem aktuellen Beitrag auf 4kfilme.de. Hier könnt ihr dann auch den aktuellsten Stand nachlesen, was Sony in Bezug auf dieses Problemchen antworten wird, geantwortet hat oder vielleicht sogar irgendwann mal Firmware-Updates zur Verfügung stellt. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.